Yo, servus Leute, jetzt vermischen den Güterzug durch heute in Langen-Seerbold. Das ist BR 185er, noch was. Viele Grüße gehen an den Lokführer, das war 241er 6er Lok, da ich ein bisschen verblabbert habe, sorry. Und auf den Güterzug konnte man eben sehen, da war Homer Simpson drauf, habt ihr auch bestimmt safe gesehen. Alter, was der für eine Hupe hatte, habt ihr ja selbst gehört. Viele Grüße gehen an den Lokführer raus. Wenn euch mein Video gefallen sollte, gebt einen Daumen hoch oder abonniert mich und schreibt es dann in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.